Fertschau auch gemacht? Naja, fast. Ich bin schon ohne. Was? Ich bin schon ohne. Das ist 6. Ich dachte wirklich genau jetzt. So, Ladies and Gentlemen, Hallo und herzlich willkommen hier zu... Servus. Ausgabe Lanci-Chastimulator. Servus. Ja, das ist 97 und 96 für 98% gereift. Das ist live. Okay, das heißt du machst schon Ballen? Oder wie? Nein, ich tu grad Spadern. Ah, okay. Spadern, spadern. Spadern. Spadern, Spadern. Spadern, Spadern. Ah. Darum haben wir nichts mehr in der Kasse. Naja, ne. 5000. Was soll das jetzt wieder heißen? Hat er alles bei der Hanna im Buhf ausgegeben, alleine. Ah. Aber ja, verkaufen können wir auch gleich, das hast du eh gesehen. Kommt Geld in die Kasse. Ich habe jetzt nicht am Preis geschaut. Jetzt nur brav gemäht und ich habe eigentlich vor kurzem 5 Minuten angefangen zu beschwadern. Ah ja. Ich trage dabei eine Runde. Noch. Ja, man merkt, das ist noch bei der 18 und es ist stockdunkel. Ich trage dabei eine Runde. Der kleine Traktor schafft den Schwader nicht oder hast du es nicht ausprobiert? Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ah ja. Könnten wir ausprobieren. Aber das sollte er eigentlich schaffen. Dann könnte ich schon dahinter anfangen die Ballen zu machen. Ja gut, ich lege das alles gleich auf eine Spur zusammen. Achso, hast du so einen großen gekauft. Mann, aber der tut nur auf einer Seite. Jetzt fahre ich runden und dann legt sich das immer nach links weiter. Ah ok. Jetzt verstehe ich schon was ich meine. Groß ist er nicht. Ich glaube 3 Meter ist er. Das heißt, da sollte ich eigentlich nichts mehr mähen, weil dann durchs Durcheinander tun eigentlich. Dann kannst du mich mähen. Okay. Kannst ja nichts durcheinander tun. Oder machst du zuerst oben und dann unten? Genau, ich habe zuerst oben und dann unten angefangen und dachte ich würde aber schon eigentlich vorarbeiten. Ich habe dann eigentlich die Uhrzeit jetzt nicht mehr im Blick gehabt. Mhm. Ich meine ich kann auch jetzt aufhören und dann eine neue Reihe beginnen. Wir kommen dann kann man da schon. Wie du magst. Na komm, das ist ja kein Problem. Wie du magst. Mir ist es gleich recht. Ich kann ja mit Gras weitermachen, ich kann Ballen machen. Ich wuscht. Ja. Ich bin nur, ich bin nur polnische Vorarbeiter. Ja, aber wir kannst es ruhig so machen. Dann tauschen wir. Fangen wir neue Spuren. Warte, ich mache die Runde noch fertig. Na laja. Waren sie 5000 auf der Kamer? Ja. 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 Ich glaube, er kann die polnische Billigarbeitskraft ersetzen. So, bis da nach vorne machen wir noch. Ja. 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 Ja wie gesagt, zwei Stunden hab ich bis jetzt. Ja. Da hab ich begonnen. sind wir hier stark das sind schon alles die spuren, das ist ja nice warte ich bring das Geräte mal hier drauf, der Gerät soll ich die Ballen verkaufen, wenn sie schon sind? das ist der Preis, ich würde es erst über 300 verkaufen, ich würde es ein tausender haben pro Ball 340 und vor allem, ja dann aber da mein ankaufspreis, wir müssen verkaufspreis stellen oder? 427 427 aha wow so dass wir die anderen nicht aufgucken haben ja, ich schub mal ja einer habe ich gesehen, der ist noch nicht? der ist der, den wir zum Schluss gemacht haben ah ok der dann weggerollt ist ah kannst du dann schon schauen wegen dem Traktor vielleicht? man wie gesagt, billigste ist 45.000 wir hatten ja nur 20 Ballen oder so naja stimmt, dass du dann im nächsten Durchgang gehst ja das meewerken sich jetzt dann aus ja das meewerken sich jetzt dann aus na, komm her so das war es ich das war nicht mit 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 So, seht's, wo ist's? Aber damit, da ist noch einer. Hör! Der Portlade waren um 66.000. Du meinst das um 12.000 oder? Sepp Knüsl? Nein. Oder das ist Kuhn? Wo haben wir uns da gehabt? Genau 3,1 Meter da. Ja, das Kuhn ist das 3,1 Meter. Hat das. Ich kauf's einmal. Ja, wie du wirst. Oder wirst du das anschauen? Nein, aber ich würd's halt einkaufen, wenn wir's erst im Blick benutzen, oder? Ach so, okay. Vielleicht kommt dann ein Angebot, was wir dann... Hm, stimmt. ...wann wir's nicht brauchen. Stimmt. ... ... ... Spannend, wie viele Ballen wir rauskriegen jetzt. Hm. Gut, wir haben auch noch nicht alles gemäht noch. Ja, ich mein generell heute. Ach so, so meinst du. ... 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 Es hat nicht lange gedauert. So, dann muss ich es sogar umdrehen dann, weil er nicht alles geschafft hat. Und fast halt eine zweite Runde dann. Bitte? Auf dem Tag sieht man das dann sowieso besser, was alles noch liegt. So, dann muss ich es dazu befreue. So, dann muss ich es jetzt sagen. So, dann muss ich es schon wieder tun. So, dann muss ich es jetzt nicht mehr. So, dann muss ich es jetzt wieder einmal sagen. Weg ab geht es eindeutig besser. Ich glaube es ist ein Sturm, das? Was? Ich habe jetzt nicht geschaut, wem sie haben. Na na, PS4. Also ich weiß, dass Rapid dieses Mal nicht internationale Spiel wird. Wem haben sie? Jetzt haben sie die Ungarn, den Prinzen und dann im Playoff haben sie Fiorentina. Fiorentina ist fährlich. So sei ja, ich finde dieses Confluence League für die kleinen, ja. Für kleine Mannschaften, aber es ist eh. Du hast halt auch, wie jetzt bei Rapid doch ein starkes Los dabei. Nur für die Quali. Ich habe eine Runde gemacht, ja. Achso. Ich bin im Kreis gefahren, ich fahre ja die ganze Zeit im Kreis damit sich das immer mehr nach links. Ah, ok. Du musst eigentlich nur eine Runde fahren. Falsche Spur. Meine neue Spur. Das ist die ich gerade mache. Naja, ich will jetzt so weiter fahren. Ja, aber machen wir mal die andere jetzt. Jetzt habe ich extra neu gemacht. Ich habe eine Runde gemacht. Da. Du hast zu wenig. Da. Gehts weiter. Aber die ganze Zeit mit dem Kreis, sonst wird immer weiter nach links angeschoben quasi. Gehts weiter. Gehts weiter. Vielen Dank. Ich verstehe die Kurven, da zeige ich oft nicht mit dem Anhängsel hinten. Ich glaube die Ufe liegen. Ich weiß nicht. Dass ich teilweise die Kurven nicht zu eng fangen kann. Kann daran liegen, dass es keine Kurven sind. Kann daran liegen, dass es keine Kurven sind. Ich fahre Längsseite, Querseite, Längsseite. War doch keine Kurven. Was ist denn Isabella? Die Mama ist auch da. Ich habe es gar nicht gehört. Du musst schlafen, bitte. Ich fülle die Kurven. Ich fülle die Kurven. Ich fülle die Kurven. Ja, fülle. Ich fülle die Kurven. Ich fülle die Kurven. Ich bin jetzt schon. Ich fülle die Kurven. família? Ich fülle die Kurven. Ich fülle die Kurven. Ich fülle die Kurven. Sie fülle die Kurven. Ich fülle 24 Minuten, wenn du jetzt 1 Rund der Runten in kommst. hast ja aber da muss ich eine neue beginnen. Ich bin fertig mit deinem Runde. Wie viele Bahnen sind jetzt rausgegangen? Fünf oder sechs glaube ich. So wenig? Bin ich bisschen verzweifelt. Müssen wir uns dann noch anschauen wenn es hell ist. Das ist schon mehr. Das heißt auf der Spur kann ich jetzt schon nachfahren oder soll ich noch warten? Warte noch. Dann tue ich das jetzt wirklich alles. Sonst sind wieder die Spuren zu breit. Dann gehe ich da bei Mähn. Ich sehe gleich. Achso ich sehe gleich. Wir sind noch ein paar Bahnen. 98% ist der Fallen schon. Gar nicht wo könntest du stehen. Okay. 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 Jetzt kann ich dir quasi nachfahren. Okay. Jetzt kann ich dir quasi nachfahren. Du bist jetzt aber wieder im Kreis gefahren. Nehme ich an. Nehme ich an. Okay. Jetzt kann ich aus. Bitte vermire ich um, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist auch lustig, dass die Kamera runterrollen eigentlich. Sehr gut. Ich spüre auch ledigend. Fuck. Ja, das ist auch schon. Sehr gut. Boom, 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 boom. Ja, das ist ein bisschen driller. Jetzt sehen wir dann gleich, wo ich vorbeig gefahren bin. So lange keine ganze Spur irgendwo liegt. Wie viele Bälle haben wir jetzt? Keine Ahnung. Dann passen wir schon am Zähler. Wo sehe ich den Zähler aber bitte? Warte mal, 100. Ist das der Durchgang? Der links ist der Durchgang, den ich jetzt gemacht habe. Ja. 14. 14. So. Hat das nur diese...